Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires 3 Definitive Edition und... What? Wait, what? Ähm... Ich hoffe jetzt... Hä? Ist da... Wir spielen gegen Dark Phoenix. Eigentlich, wenn ich mich richtig entsinnere, ist er doch mitunter in der letzten Saison auf Liga 1 gewesen. Why the hell... Spiel ich gegen ihn? Ja. Hallo, wird gemacht. Jägerin. Ja. Holzverein. Verstrich dich. Ja. 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 Verstand richtig. Jägerin. Ja. Verstand richtig. Ja. Verstanden. Richtig. Anverstanden. Richtig. Bereit. Richtig. Ja. Versch... Wird gemacht. Jägerin. Ja. Verstand richtig. Ja. Angrüben. Verstanden. Bereit. Jäger. Ja. Jäger. Ja. Wird gemacht. Jäger. Ja. Jägerin. Ja. Jägerin. Ich bin jetzt schon komplett am Verzweifeln gerade, muss man so sagen, wie man hier gerade schon sieht. Zimmermann. Zimmermann. Jäger. Richtig. Ja. Verstanden. Richtig. Verstanden. Ja. Verstanden. Bereit. Ja. Verstanden. Einfach so als psychologischer Druck, weil... Hey, das... Richtig. Verstanden. Kann doch nicht sein. Ich hab nicht so lange gewartet. Richtig. Ja. Ich hab nicht so. Uff. Ah. Es ist so... Verstanden. Ja. Ja. Hallo. Bereit. Wirkima. Jäger. Jäger Aufgabe. Jäger. Jäger. Aufgereiit. Aufgabe. What? Ich bin jetzt gerade echt komplett perplex. Jäger, Jäger. Ja gut, ne. Ist zwar jetzt nicht so groß wie ich gedacht habe, aber trotzdem über 200 Halo mehr als ich je habe. Ähm. Verstanden, ja. Verstanden, ja. Richtig, ja. Bereit, Holzfäller. Ja. Verstanden. Bereit, ja. Aufgabe, verstanden, wird gemacht, Jäger. Aufgabe? Richtig, verstanden, Jägerin. Ja, hallo? Ja. Ja gut, ähm. Richtig, Jägerin. Ja, richtig, verstanden, ja, verstanden, richtig. Vor allen Dingen, soweit ich weiß, ist Dark Phoenix... Ja, ja, verstanden, ja. Mainsiff auch die Franzosen, deswegen why the fuck spiel ich das hier überhaupt noch. Bereit. Händler. Hallo? Jägerin. Hallo? Ja, Jäger. Aufgabe? Ja? Bereit, wird gemacht, verstanden. Jäger. Ja. Ja, ja, richtig. Jägerin. Jägerin. Hallo? Bereit, Holzfäller. Aufgabe? Richtig. Nein, ihr solltet nicht da runter, Mann. Hallo? Bereit, richtig, wird gemacht. Ja, Jägerin. Wird gemacht. Ja. Verstanden. Jägerin. Aufgefasst. Jägerin. Aufgefasst. Jägerin. Ja, wird gemacht. Wie man sieht, ich gehe ein bisschen ruidiger. Aufgabe Zimmermann. Ich versuche jetzt einfach was, ich habe nichts zu verlieren. Zimmermann. Zimmermann. Bereit. Händler. Hallo? Zimmermann. Ja. Hallo? Ja, Jäger. Aufgabe? Händler. Ja, richtige Jägerin. 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 Hallo, Zimmermann. Händler. Ja, Aufgabe? Ja, richtig. Ja. Bereit, Aufgabe? Jawohl. Ja. Verstürz erledigt. Jawohl. Ja. Richtig. Aufgabe. Aufgabe. Bereit. Ja. Ja. Wird gegen. Jägerin. 팍-T rich ist bereit groß, oder? Ja. Tag evidence machine, wo ist sie mit Partnern? Der weiß schon, der weiß schon, dass ich da bin, bevor ich überhaupt irgendwie in der Nähe bin. Ah, ne? Berwax hat er einen Stall gebaut. Ich bin Haus, deswegen kann ich gerade nichts machen. Ach du Scheiß, hat er eine Musketiermasse. Wird's erledigt. Verstanden. Ja, jawohl, jawohl, wird's erledigt. Bereit. Zimmermann. Ja. Zimmermann, Zimmermann, Handlock. Why the fuck, wer ist hier auf Holz? Ach so, die. Hallo, Holzfäller. Versuch gerade möglichst schnell halt einfach ins Nächste zu kommen. Ja. Ja, ja. Auf, da verstanden. Hallo, wird gemacht. Auf, da verstanden. Auf, da verstanden. Richtig. Hallo. Wird gemacht. Ja, richtig. Das macht er halt schon mal gut. es bringt mir nix auf die zu gehen aber weil wenn er es mich gerade relativ in ruhe lässt shit ich habe keine nahrung jetzt habe ich nahrung nicht im nahe kampf ja ja Ja, ne, war ein kurzes Match. Ne? Ich hatte versucht, schnell ins Edge 3 zu kommen, aber ich hab's mir gedacht, dass er damit kommt, aber dann kam der Pop jetzt echt miserabel. Och, Och, Mann. War echt nicht so meine beste Leistung, wollte mir mal so gesagt haben. Aber da sieht man so, was allein der psychologische Druck schon einmal ausüben kann. Also, Villager Population war ich ja da vorne. Ich hab ihn sogar great gekriegt, what? Heiliger. Aber ja, das war einfach fatal. Ich hätte definitiv was machen müssen dagegen. Aber das ist natürlich, natürlich ja, gut gemacht. Maskars gegen, was kann ich machen? Ich hätte doppelt Söldner mir schicken können, aber das hätte mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Ja. Kurzes Vergnügen. Ich bedanke mich einmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seht uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Bis dann.